guten morgen guten mittag und wie eh und je einen wunderschönen guten abend meine freunde ich bin jack von jack in the game und willkommen zurück zu balders gate 3 wird aufgehört haben wir gehen mal kurz schlafen beim mittag und erwarten eigentlich miss oder jay testis estor pakti me come sisters be my testament notum sit in bear to know to sit in bear to you've heard of such devils sisters of justice adjudicators of diabolical contracts and bargains holy hells mh interessant ich erinnere mich nicht die schwester der gerechtigkeit eingeladen zu haben you do not call upon the sisters they come when the hells demand witness your parasite links with wills and your memories flow into him he sees his father's flight from worms rock and here's mizora's words to you shit where did gortash send my father how do i save him yeah sisters in fanos kon tractorski voca'mos in fanos kon tractors devocamose in fernos kon tractors tsa voca'mos Was genau schlagt ihr vor? Was genau schlagt? Was genau schlagt? Was genau schlagt? Oh, das ist ja richtig. Tut was richtig ist. Gebt eure Seele und mit eurem Vater leben kann. Du verdammt wretch. Do es, dann. Claim meine soul für Zario. Keep my father safe. Fiat Eater. Fiat Eater. Anima ad Beator. Oh. Seems you've got a new mission, pup. Go save your father. He's locked in a very nasty place. Gortash's secret command center and prison. Oh. Glück für dich. Ich weiß den Weg in. Ich markiere deine Map. Nach allem. Ein Deal ist ein Deal. Du weißt, was? Ich denke, ich werde sich umgekommen. Nicht für das größere Gute, wie du verstehst. Nur für das Entertainment. Das wäre ein Missstück. Gut, da haben wir noch mehr hier. Ich glaube, äh, doch, ja, noch Will. Nigel. Hä? Okay, wo noch reden? Ich gehe mit Gail. Ich weiß, dass jeder Artifact that could command an Elderbray must be close to omnipotent. Aber für es zu sein, dass es den ganzen Crown Karsus forged ist, es verges on unbelievable. Ich versuche Sie, das Hammer Raphael offered ist nur scrap metal in comparison. Whatever use he claims for it. Wir sollten wir uns besuchen die Sorcerer Sundrys. Seine Buchkollektion ist die Envy of the Sword Coast. Ich bin sicher, dass die Wahrheit irgendwo auf ihren Schäden liegt. Ein Blinden-Einfall? Der einzige Kind, den ich habe. Seine Buchkollektion von rare Tomes ist unparalleled. Nethery-Sex sind gar nicht so ein gemeinsames, aber ich bin sicher, dass sie ein oder zwei ausgewandert haben. Du musst mir vergeben, meine Eagernis. Aber wenn meine Gefühle beobachten, dass das Wasser wachst, das könnte die Antwort auf all unsere Probleme sein. Okay. Das freut mich. Was ihr getan habt, war richtig. Uneignützig. Das bedeutet viel. Aber verstehe, ich habe nicht planiert, dass ich in Selbstverfassung wachse. Mehr als alles. Ich bin erledigt, dass es noch Hoffnung für meinen Vater gibt. Wir sollten uns in diese Mysterienpräsen und meinen Vater retrehen, bevor Masora versucht, mehr Tricks zu holen. Ja, wenn wir uns ein Gortsches Gefängnis zu schaffen machen, werden wir sein Torn auf uns ziehen. Gortash ist der Black Lord's Thrall. Ein Lüge, ein Tyrant. Er hätte uns besser unsere Hände gehabt, als er seine Beine verhält. Seine Angst ist in der Vergangenheit. Ich habe nicht diesen Pakt, um nur meinen Vater in Gortash's Präsenz zu lassen. Diese Präsenz ist in der Läufer Stadt. Lass uns gehen. Nicht sofort. Alles gut noch, Will. Bleiben sie immer ganz geschmeidig. So. Was muss ich den Verräter finden in meinem Camp? Und dann wird sich bestimmt irgendwo versteckt haben im Camp. Irgendwann. Gut. Dann mal erstmal auf- und nachgucken, wo es jetzt hingeht hier. Ähm. Zur Unterstadt. Ist mir exakt wirklich gespannt. In 3-4 Jahren, wenn der Ladebild schon durch ist. Warum auch immer. Was kurios ist, weil das Spiel ist auf der SSD drauf. Ich denke einfach mal, dass die Unterstadt groß ist. Das Spiel ist sehr groß. Sehr, sehr groß. Das Spiel ist sehr, sehr groß. Danke. Danke. Das ist mal in der Exekutionsnachricht. Floric, 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 Floric. Okay. Eine Beraterin. Er ist auf der Weg hier. Okay. Estra. Undo. Aber halt. Welche Person sind hier unten? ob er so näscher licha kochen war und figuren vagefeld und alle sind hier in unterstadt und fragefeld hier elf gesang das ist der mann immer nicht halt garste boys sturmkisten was tabernake das ist ein tabernake das basiliskentor das ist in fäusten ok gut brennende faust ist da drüben alles klar was geht ihr vor sich i don't like this i don't like the look in some of their eyes if all these folks can just keep their shit together maybe nobody else will get hurt maybe these street trash need to watch their tone i don't tolerate disrespect ok warte mal kurz kannst du das nicht irgendwie heilen warte mal kurz mach ich irgendwas um nee bewusst weil ich viel machen baldurs ohr nordale heim wache wolf wache balfer so die gazette baldus ohr jetzt nur diese dings finden hier die ähm schieß mich tot bla 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 da geht's nach oben da geht's nach oben well well if it isn't the city's next celebrity you star in our next editions top story ähm das letzte was ihr in den artikel geschrieben habt ohne mir auch nur eine einzige frage zu stellen estra deals with the personal interviews and fluff pieces i deal with the truth and the truth is you're a damned menace not many enter our fine city and immediately start meddling in murder investigations curious don't you think the truth will be out with tomorrow's broadsheet people will spit in your face your very presence will be bad for business you'll be a pariah an outcast as you should be and then we can only hope the fish do their duty and escort you to the gallows your days of scumming up this good city streets will be over ich arbeite mit fürst koster gottisch zusammen und er würde nicht wollen dass schlecht über mich geredet wird ha ha nice try but it's not gonna work lord gortash and me are very close and he mentioned no such thing to me the headlines are loaded into the print works already tomorrow you will feel the power of free speech vox populi vox dei no god i believe our distinguished guest was just leaving would you care to escort them out ha was für eine interessante lage aber was für ein pech für dich das ja komm wir lassen uns die mal raus bringen meine fresse karlik ok wir müssen auf jeden fall das hat hier um uns geschrieben das müssen wir noch aufhalten das sind wir hier über für die gerechnung wer bist du Heinmutter Dolpergrün Schwindeling da ist nix das ist nix ähm sehr wenn es war der frisch hilder namische samen bombasto wo ist denn der koch hilfskoch koch lovi er das doch die ratten so wichtig euer namen steht auf einer liste von mordopfer ihr müsst euch verstecken was für ein großer zufall aber auch dass wir ja was für ein wunderschöner großer zufall irgendwie mal nicht reagieren nicht reagieren nicht reagieren wunderschön gut dann als nächstes hanker reiche gute frage wo ich jetzt hingehe da rüber und dann wo ist denn der schwung ich habe den hammer scheiße ja dann spring doch mal ich gebe es auch davon das ist doch blut da ist noch alkohol auf dem boden da ist noch mehr irgendwo da nicht bezaubern dort viel Ein Senkenring. Tiere beherrschen Weil man das Gefühl, dass der Gestaltenwandler der Chefkoch ist Ich mag mir das nur so ganz dämlich, weil Ah, da ist der Durchgang Wie gesagt, ich glaube, der Chefkoch ist schon tot So, und wir kommen jetzt hier Ah Gott, ich gucke mir mal ganz kurz nach Äh, nein, nein, nein Äh, ja Nein, nicht das Ja Wir fahren, dass es irgendwo da nie ein Geheimtour gibt Gewitten einseiten, versteckte Ja gut, aber Wo ist das denn denn? Also wo ist denn der Schalter dafür? Die Tür ist da Ah Ah Alles wollte ich schon sagen Die Tür ist doch da, also Hm, ne? Kurz, 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 kurz nachgucken Also wie gesagt, ich glaube, der, 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 der Chefkoch ist auf jeden Fall Ich glaube sogar sehr, dass wir, ähm Schon zu spät sind für den Chefkoch, dass er schon tot ist Get the Yanke Vlakenk has found us Get rid of them, quickly We will be ready In the meantime, tear every brick out if you have to If it doesn't come, we must find evidence of its whereabouts Frage ist, kann ich mich da reinschleichen? Alright Time to skulke about Stimmt nicht Here you are As brazen As described The gloom soul Who thieves from our queen Of course you had help, didn't you? From the illithid you carry inside the astral prism How quaint That we should meet here In the very place That it once called home We know all about the emperor And its dealings with you Though I must confess Its peculiar relationship with you Threw us off course for a while Tell me What did it offer you In exchange for your servitude? You have fallen prey to its manipulation Your story ends here We will reclaim the astral prism Purge it of the illithid interloper And restore it to our queen Halt die Klappe Du kannst natürlich versuchen Und dabei sterben Death will be yours And yours alone Geig-Slave Hataka So, ok So, ok Dann waren wir mal Das war angenehm Ich könnte theoretisch Bonusaktion machen Nach da oben gehen Und den erstmal ausschalten Und dann leben die kritische Treffer Okay Lass mich überlegen Ich müsste theoretisch Jetzt spurt man Um es echt besser Darüber zu kommen Ja Hochschaden verwundbar Ich muss den anderen Thomas ausschalten Lick mich Kann ja nicht viel machen Äh Äh Hält das Original Hält die 201 Okay Macht ein bisschen mehr Schaden Das ist gut. Blindheit? Oh, stand. Au. Mischstück. Kann da hochfliegen. Und nicht weitermachen. Gut, ich muss den ausschalten. Verdammt. Gut, lass mich mal überlegen. Ähm. Ich bin immobilisiert, ne? Ne, Blindheit. Okay, alles klar. Blindheit. Ja, okay, okay. Jetzt überlegen, jetzt überlegen, jetzt überlegen. Was könnte ich denn machen? Oh. Das war auch gut. Das war schlecht. Das ist natürlich eher so, hä? Hä? Verdammt, doch eins. Ernsthaft? Aufschlag. Legt mich doch jemand hart. Okay, gut. Ist halt. Okay, so. War ja klar. Das ist mein Dreizack in Ruhe. So. Ich will irgendwas machen hier Super Kaposch Ey, ich kann nix machen. Rückschlag. Okay, ähm, bitte des Glaubens. Hier rauf. Hochheilen, Astarion. Schockgriff, ey, auch noch. Sehr schön. Okay. Autsch. Au. Wunderbar. So, siehst du, siehst du, ja. Mann, krass. So, immer noch Furcht drauf. Oh, der Immobil ist super. Oh, ich muss Schattenhäuser rüberkriegen. Okay, Schutzgeister. Leistung. Heil. Und schon kritische Treffer gelandet. Blindheit, ey, ich hasse Blindheit. Ich schwöre euch bei Gott, ich bring euch beide um. Mann, Gott. So, dankeschön. Ähm, ich könnte, ich lasse mal selbst ein. So, dann könnte ich eigentlich doch Astarion den rübergeben, ne? Dann gehst du ein bisschen Deckung hier, dankeschön. So, Carlek, ähm. Oh, ja, klar. Bariert, ey, willst du mich verarschen? Oh, ja, klar. Aber, okay, die Office ist weg, ist kein Problem. Gut, die ist auch schon fast da, naja, fast. Ernsthaft. Ja, ja. Geschieht dir recht, Bitch. So. Ähm, können wir denn nicht? Ey, komm, flieg dich doch. Ey, ich lade den Speicher schon mal neu. Gott im Himmel. Das war ja gerade richtig schlimm. Das finde ich nicht mal so, dass man irgendwie jetzt, wisst ihr, äh, ne, taktisch da durchkommt. Ne, mindestens drei von denen sind OP, äh. So, jetzt sind sie alle. Äh, hä? Sie sind ja so verarschen, oder? So. So. Sehr schön. Wunderbar. So, Farge ist nicht jetzt da. Super. Karlek ist noch. Das heißt, ich könnte hier... Wunderschön. So, den Zug wenden wir gleich. Ernsthaft. So, können wir bitte erledigen. Dankeschön. Wunderschön. Oh, okay, okay, okay. Super, super, super. Rutschack. Ja, bleib doch mal fertig mit deinem Zug hier. Gott im Himmel. Gott bewahre. Dankeschön. Gut. Nehmen wir das hier. Also nochmal einen Giftstack drauf. Wunderschön. So, den Zug wenden. Sie hat ihren... Konstellations-Dimmster. Das ist ja halb so wild. Guckt. Eins, zwei, drei. Vier. Boah, weit verlieb ich mit einem Scheißzug. Ich schwöre dir bei Gott. Dankeschön. Danke schön. Super gemacht, Astarion. Wirklich. So, was ist das? Perfekt. Perfekt. Dann als nächstes... Gute Frage, was machen wir jetzt hier? Gute Frage, was machen wir jetzt hier? Und jetzt ist er vielleicht noch Rückenbrecher. Ernsthaft, ich kann nicht... So verarschen. Die paar Meter? Dann kann ich die älteste verarschen. Lächerlich. So schwer zum Werfen, war ja klar. Gibt eine Nachkampfwaffe. Dankeschön. Aufschlag. So, Astarion ist ja Gott sei Dank noch immer versteckt. Der könnte eigentlich die erfahrene Gisch-Gusch-Ins erledigen. Klar, ich mache mir ein bisschen Sorge halt. Aber gut. Äh, ich könnte theoretisch... Sehr schön. Zug beenden. Feuer! Super. Ähm... Intheit und Furcht, ey. Leck mich da und zippe. Hat nicht funktioniert, ne? Doch, hat es. Super. Und jetzt, äh... Mh, mh... Komm, er von Arvanus. Und dann mal... Wieder strecken. War ja klar. Du doofe Nudel, du. Ähm... Nicht Schutzgeister. Bitte, das Glauben ist... Ah, ist so weit entfernt. So ein Bezaubern. Luch. Ne, okay, wollte ich nicht wangen. Ähm... War der Furcht? Auch nix. Hm. Kann ich treffen, ne? Bisschen ärgerlich. So. Können wir noch... Was kann man hier noch machen? Rückenbrecher? Oh! Bing, bing! Sehr schön. Und Bug. Ähm... Wunderstrahl. Sehr schön. Und Kalec hochheim mit dem Fünfer. Wunderschön. Ja. Guter Treffer. Wunderschön, Greg. So. Alles darüber. Außer das. Einzellerschlüssel damit. Vorschüsse durch Waffenhändler Gortasch. Einmal ein Bericht über den Vormacht dieser neuen Schmugglers. Enver Gortasch bezüglich verbotener Waffengeschäfte in Chiontertal. Ähm... Untertreibung Übernahme wäre passender. Die Ritter Schilzi ehemals an der Spitze des Schwarzmarkts standen und die... Lagen noch nie im Hauptinteresse der Gilder waren geliefert. Na klar, Bestrierung. Okay. An die Stille. Von Haus Aligarka. Haus Nashiwa. Stinkende von den Kuttenmagiern. Fürs Hekat. Hafenmeister Petison. Ähm... Mal was mit hier. Und Schießmann Schild. Lagerort der Reservevorräte. Oh. Vergraben hinterm Kontor. Wart nach Baldustor in der Nähe der Oberstadt. Das ist gut zu wissen. Hune Mausoleum. Mal was mit. Befehl 251 Titier. Feuerweinfass. Was ist das jetzt hier? Wirkt ein Ganky fliegen. So bewirkt es der nächste. Ah klar. Verkaufen wir. Wo ist denn her? Was haben wir hier? Kleine Lederrüstung. Halt. Ganky Armbrust. Oh. So lala, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm... Noch irgendwas hier. Patriarchen-Kursbonanz. Verleichtnis-Doporationen-Nierwinter. Investitionsmöglichkeiten. Leicht an alle Ritter. Schilds. Das ist eine Geheimtür. Sag ich doch. Ist eine Geheimtür. Oder gleich nach. Ich habe hier auch noch eine Leiche. So. Dann. Dann. Dann haben wir hier jetzt versteckt. Oh. Gerne. So, Trichterfahnsuppe. Was haben wir hier? Noch eine Tür. Hä? Oh. Ah, ja. Ich bin. Die Chäden, die ich benutze, um meine Essen zu kaufen. Vierer und Verbrecher. Sie sehen, ich versuchte, um diese Moral zu machen. Jetzt bin ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Mutter einleitete. Der Butterknife ist weg, aber sonst sieht es gut aus. Ich muss es nicht mehr brauchen, aber die Memoria stirs etwas in mich. Interessant, ist das was für Kalec? Nicht wirklich, ich kann immer noch keine Zauberhaut wirken, beziehungsweise die Kampfbranche nicht ganz ausnutzen halt, ne? Hm, was ist mit Schattenherz? Mittlerberüstung halt, ne? Was ist hier? Was ist hier? Ich bin sicher, dass ich meine Zauberberfläche, in einem Moment der Verkaufung, ein Schritt weiter. Was ist hier? Was ist mein Lieblingsfrau? Die Leben sind so schnell, so einfach, und zwar, sie sind. So, dann wollen wir gucken, was drin geht im Keller. Der Kall. Ah, ey. Wie komme ich da ein bisschen ran Nein, ich wollte jetzt nicht Ich möchte einfach nur diese scheiß Kiste Ach, whatever Lass mich spülen, oder? Hä? Warte mal Warte mal ganz kurz Sag mir zuerst, dass sie hier unten macht Ich habe es geschafft, oder in the red Sie siehst mich aus unserem Camp Bore mich hier zu Baal's Enclave Sie, sie slit my belly Und sie hat sie mit meinem Blut A Toast, sie sagte To ihre falsche God Sie sagte mir, als sie verbringte Sie kam für den Rest I'm done for I will hold her off As long as I'm able Run while you still can Don't even think about fighting her This foe is too powerful You'd scuttle away so easily To think I saw courage in you Ja Sag ich doch Schau an es Crawling Und sniffing Und rooting Around in the filth Is it my netherstone You seek Little piggy Hush, hush Orin will take care of you And your little pet Ostmöller sehr gemacht Nothing No, not a thing Still gasping and gagging On the foul airs of Baal's Tempel I will not slice Her kind died too easily The murder lord demand a better offering Something new Sticky Sweet And delicious He wants you Das will jeder Ich fürchte muss warten bis er dran ist The murder lord does not need permission to kill You are dull A blunt blade unfit to flay But you could be sharpened Thin and jagged Yes I will tell you what to do Ich bin schon geschliffen genug Wie ihr nun spüren werdet No, no Not here Not now The tyrant must fall first You've heard Gortash's whispers I see how your skull swarms with his promises He whinges and wails over the crown of Karsas Wanting to command it without me Oh, how I long to slit his poxy smile from ear to ear But I can't touch him He bound my blade when we first conspired Gortash didn't want me at first Didn't trust me Got me to wag my tongue Swear an oath Never to hang him from the hooks Trip drain him into father's open jaws You must kill the tyrant Take the netherstone from his corpse And bring it to my temple There, we slice and shred each other The survivor claims the stones What's left of the other Is Baal's Agree? Me, and I will bring my assassins to heal They watch you always Longing to spray the crimson from your veins Refuse me And you'll learn what happens to those who defy Baal's doctrine So will your friend Oryn demands a fight to the death The prize for the victor, the netherstones And the chance to control the crown alone Accept and you must kill Gortash Refuse and your companion's life may be forfeit As might your own Oryn's assassins will hunt you like prey for slaughter Fuck Ich tue es, aber bitte Tut das ehrlich, das ist so leide Yes Oh, yes Kill the Bainite And I will keep my blade unblooded Do not underestimate his steel watch Seek their cradle in the lower city And skewer their skull meat Make them rust and blood Then you can gore the lordling again and again and again But listen, listen close, bone killer Step in my domain while the tyrant still sucks air And I will carve your failure into your pretty plaything's skull Bring me his stone And I will set the bait free Only then can you and I make exquisite butchery The victor will set the world to slaughter That is Baal's offer He will not make another Fuck So mal hier Oh Die ganzen Sachen, die ich das hergegeben hatte Super Ähm Ich hab ein Problem, wie schmuh lege ich Na hier kommen die Sachen So Jetzt bin ich mir überladen und Und Der Weg hier Führt mich nirgendwo hin Super Und was Und Jetzt bin ich mir an ihrer langen krankheit Jüngsteinträger Beschreibung an der Verstechnung des Zustands Rückfallerzeugung und Unappetit Warten Besuch jeden 10 Tag Immerhin Mantel und Kapuze Immer zur Herzogin geführt Niemand an sich eingeschön Könnte ebenso gut ein Halbbox sein Wie ein Halbling Hopf auf Rückkehr des Besuchs Oh Der Imperator müsste an sich besucht haben Weil Ne Man konnte halt nicht erkennen Die Statur war kurios Aber gut, okay Laser ist dann geführt worden Das ist super Das freut mich, da zu hören Ich mein Ich mein Es ist Nein, Tragödie Es ist sehr schade Sehr, sehr schade Ist ja die Frage Möchte ich eher jetzt Gortek erledigen Oder möchte ich doch lieber eher Oran Wenn ich Oran mache Dann habe ich das Problem Es hat Laser stirbt Wenn ich aber Gortek mache Dann habe ich ein Problem Ich habe den ganzen Wachen am Arsch Habe Ich könnte mich aber auch erst mal Um Cazador kümmern Was wollen wir hier noch Damon finden Und herausfinden Was mit unserem Koch hier ist Ich denke, es ist Ich herge Kommotion in der Seher Good Perfect Hier You take Und 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 Nicht Worry Chef Revere Eyes Will Be Kept Most Paled For Murderous Knaves ich bin mir sicher dass du stürmst sogar sehr sicher und händler hier aldo ist egal ja ich würde gerne kaufen wenn du abbeutest oh come on well would be a lot better if you find a way to fix this engine damon i have to stop trying but all roads lead to a dead end sorry i didn't mean never mind best of the house let's me operate from here for a fair price i'd be lying if i said it wasn't happy someone should be sooo dann oh du hast so viel gold du hast gold ist gut ähm gut 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 auch weg das auch weg das auch weg auch weg doch das so ist ganzen teuren sachen hier los werden was da behalten wir noch weiß ja nie wo man es gebrauchen kann so was man denn hier jetzt stiefel der ausdauer du hältst bewegungsfreiheit und lange schritte das ist gut um sich kaufen 3000 kostet ähm ja 16000 Alter, so viel Gold habe ich gar nicht einmal. Okay, wow, das ist krass. So viel Gold habe ich auf jeden Fall nicht. Ich frage jetzt, ob ich die ein bisschen sparen. Das könnte ich theoretisch. Rein zufällig. Hm. 2000 Wert. Ja. Guck mal, Corona-Los werden hier. Schau, wenn du etwas anderes brauchst. Gut, ähm. Blicken, ey. Das ist auf jeden Fall krass. Gut. Ah, ja, jetzt Feierabend. Ähm. Ich danke mir mal fürs Zuschauen. Wie ich den nächsten Part wieder. Da machen wir jetzt erstmal an Gortesh ran. Und an... Ne, erstmal an Casador. Oder Celsador. Der ja auch irgendwo sich versteckt. Und... So viele andere Dinge hier, die noch zu machen sind. Aber ja. Ja, hier. bei Casadores Palast. Gut. Aber bis dahin. Schön mit Öle. Ne? Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Bye.